Zurück bei Doom 3. Wir sind hier auf dem Weg zur Kommunikationsanlage, die jetzt eben gerade sabotiert wurde, in etter Weise. Und wir wissen noch nicht warum. Wir sind aber in die Richtung geflohen. Warum macht er das? Wo kam der jetzt her? Na komm. Ähm, der kommt doch jetzt hier bestimmt irgendwo hoch, oder? Bäh, das war eine Fliege auf meiner Nase. So eine kleine Obstfliege, wo ist der hin? Drecksvieh. Setzt sich voll auf meine Nase. Was ist das? Boah, hier ist irgendwo eine Obstfliege und die nervt mich. Was soll denn das? Ich hab hier gar kein Obst. So weit kommst du noch, dass ich hier Obst in meinem Haus habe. Alter. Du hast eine volle Ladung abbekommen und du bist immer noch aufgestanden. Krass. Ich spawn doch gleich wieder irgendwas, oder? Wo? Da vorne. Na komm. Kann ich genauso wie du. Nur so bei mir schön aussieht. Kommt hier noch einer? Nee, nee. Ich bleib ja nicht runter, ne? Ich ruf den Lift und geh runter. So ist es besser. Oh, fuck. Speichern. Guck mal, wie der da wartet. Viermal Schrot. Ähm, ja. Kann man machen. Oh, das wird jetzt echt eng. Zurück uns zum Luftverwert. Äh, ja, nee, ist da. Ich hab Angst, hier durch die Tür zu gehen, immer. Mama. Dann soll irgendwo noch einer sein, aber ich hör ihn nur. Ich seh ihn nicht. Okay, ich hab nur einen Typen gesehen. Hier ist wieder irgendwo was. Wo kamst du mehr? In das Eck. Ah. Oh, Munitionsgürtel. Nehme ich doch immer wieder gerne. Hm. Oh, oh. Noch einer verlegen. Oh. Also, seid mir alle sehr unsympathisch. Das wollte ich nur mal sagen, ne? Schön die Beine wegfetzen. Erste Hilfe. Dann geht das. Oh, ist diese blöde Obstfliege. Ich bringe sie noch immer. So. Da ist Energie. Beziehungsweise Granaten sind das sogar. Hier ist weiter nix, ne? Ne. Gehen wir mal vorsichtig weiter. Das Schöne ist auch, dass es trotzdem, dass es so dunkel ist, wie immer noch in diesem klassischen Rot gehalten wird. Oben ist auch noch was, aber da komme ich gar nicht rauf, ne? Ne. Hallo, Süßer. Habt ihr einen linken Bauch? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, gab's grad'n Bieb. Erste Hilfe. Okay. Ähm, ah. Moment, hier sollte ein Leiter sein. Äh! Wo kommst du denn jetzt her? Wie komm ich denn da rauf? War der Raum eben grad außen so? Dreck's Ding, dreck's Ding. 180. Oh, weia. Jetzt wird's bestimmt wieder ernster. Oh, wo ist er? Okay. Gehen wir durch, bevor er da... Nett. Oh, weia. Und dieser Obst, die geht mir grad' so was von auf die Nerven. Immer wieder ins Gesicht, ey. Irgendwie überall so Juckreize, ey. Das ist Behinderung. Der war auch Behinderung. Oder er war behindert. Oder wie auch immer. So. Gehen wir hier unten lang. Da sieht mich keiner. Weil, gut, eigentlich sehen sie mich. Was? Ernsthaft? Seid so intelligent. Wollt ihr auch selber nicht glauben, oder? Oder? Wie schlecht war das denn? Bitteschön von mir. Dann nehm ich dann bei denen lieber die Pumpgun. Gut, das ist wieder ein großer Raum. Dann nehm ich dann wieder was anderes. Und die Musik wird wieder eindringlicher. Weiter. 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 Weg hier. Bon Appetit. Monsieur. Okay. Also jetzt würde ich gerne so ein bisschen Energie haben. Die Granaten sind sowas von ein Witz, oder? Hier ist Energie. Green, ich glaube die Quelle der Invasion ist das Hauptportal hier in Delta. Wenn du die Nachricht abgesetzt hast, komm so schnell wie möglich her. So, damit sie aber kein PDA bekommen, ne? Einheit 167. Ah, 167. Könnte ja funktionieren, ne? Schade. Ach, sonst ist hier nichts weiter. Was haben wir hier? Ne, da kommen wir nicht ran. Wenn ich da runterspringe. Komme ich wo wieder hoch? 800 Schaden? 800... Ernsthaft? Ja, das ist natürlich dann geil, ne? Da darf man dann nochmal von vorne so ungefähr, ne? Da rennt man da durch, versucht alles zu löten und dann kommt dann so eine Scheiße dabei heraus. Komm her, Deckerchen. Jetzt weiß ich aber jedenfalls, wo die Gegner sind. Ja, was, wo? So. Den da oben machen wir jetzt auch ganz schnell kalt. Hier kam jetzt einer von da. Da kam einer von da. Das muss man auftanken. Dann gar hier irgendwo Munitions... Ding hier. War auch erstmal egal. Da kam es von da. Ja, wenn ich da jetzt Munition hole, dann würde ich eh wieder löten und drauf. So, du kommst ja eh nicht runter. Ist mir egal. Ich schaue ich so um. Hier kommst du nicht runter. Ich muss jetzt mal schnell vorbei. Danke. Ja. Dann hole ich mir den. Zack. Da merkt man dann, er hat das Level schon gespielt. Da unten ist dann Energie, die ich bekomme. Die brauche ich jetzt aber gerade noch nicht, weil jetzt haben wir erstmal den. Der dazu. Ich kann mir den dann gehen holen. Wenn ich da nicht rüberkomme. Ah! Ist ja schön, ne? Ist ja sehr nice. Aber wo hätte ich denn dann langen müssen? 230 Schuss sollten auch reichen. Ist aber auch nichts, was ich nehmen kann, ne? Nö. Da ist noch Energie. Ne, die hole ich mir aber jetzt noch nicht, weil, ne? Bis dahin kommt eine tolle Überraschung. Oh ja. Ah, you motherfucking son of a bitch. Ach so. Ich glaube, die Quelle der Invasion ist das Hauptportal hier in Delta. Wenn du die Nachricht abgesehen hast, komm so schnell wie möglich her. Ach so. Okay. Ich hätte einfach nur eine Taste drücken müssen. Naja. Dann machen wir die Tür auf, ne? Genau. Ja, wir lassen ihn jetzt einfach mal schießen. Und die Drohnen halten einiges aus. Da komme ich noch nicht lang. Jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier. Tülsen. Ich nehme die Lupe auf. Moment. Kam der von hinten? Oh. Nett. Können wir mal machen. Ziehen wir Energie noch abgezogen? Ja, ist das Kacke. Hier kommt doch auch mal der Kacke an der Lange. Danke. Schön, wie wir hier ganz locker durchmarschieren. Ja. Das sind diese einäugigen Glubscher, ne? Glaube ich, von damals. Ich hab sie immer einäugigen Glubscher genannt hier. What the? Was zur Hölle ist hier los, ey? Was zur Hölle? Okay. Was uns jetzt im nächsten Level erwartet, das seht ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trott Rhein. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschö.